Oh, ein Magnetitstück. Also hier muss ich wilde Leibeigene töten. Ok, werde ich ein Weihnachtsgubling. Wahrscheinlich sind das so Gegner, die eine Mütze haben oder so. Ja, bis dann. Ja, ich will ihn jetzt nicht noch anschauen. Aber gut, danke schön für die Hilfe. Ich werde es mir merken. Und ja, freue mich, wenn du in eine Gete bekommen wirst. Ich werde eine gründen, sobald wir acht Leute da sind. Aber du musst jetzt nicht unbedingt die Gete verlassen. Du kannst ja sie kurz verlassen, um mir helfen, eine Gete zu machen. Und dann wieder verlassen. Und dann wieder deine Gete beitreten oder so. Und wieder ein Magnetitstück. Danke. Also, dich habe ich jetzt mal auf sicher. Der eine, der ist nicht hier, der ist Ignis. Aber die drei hier im Ding sollten wieder mal online kommen. Und wenn ihr wollt, dann dürft ihr das gerne auch machen. Dann, ihr müsst einfach Level 15 sein, bei Isius, auf dem Serverwahlhaller. Aber das ist der, der normal ist ja. Könnte nicht daneben irgendwie sein. 6,000 und 60,000 goldgekommen sen. 6,000 goldgekommen sen. So, in Englisch. Da war es. Arkelig. Ich kann mich nämlich nicht laufen. Ja, toll. Reicht noch raus. Wo ist hier noch ein Leibeigner? Da hinten. So, wir gehen weiter zum Plan. Ja, wir haben halt das mit dem Raid noch. So. Gibt es noch mehr irgendwo? Vier von zehn haben wir. So, hier ist noch eine. Aber dann lassen wir mal. Gern lieber hier vorne. Diese töten. Wo mehr sind. Erdanhänger ist hier. Okay. Wüsste ich gar nicht. Ja, ist hier nichts mehr. Ich dachte hier war etwas. Ja, kein Weg zurück. Wir müssen halt ein bisschen warten. Ah, Regnum. Wieso spendst du momentan so? So. 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 Oh, hier ist die Tyner, der Spann ist der Boss. Erf nicht, BT-Goblin. Danke. So, ist die Tyner noch? Da ist einer. Zwei müssen wir noch töten. Das Schwert droppt wahrscheinlich nicht immer. Oh, hier ist ein paar Meter. Hm. Hm. So. Noch einen. Komm schon, jetzt bitte Glück. Ja. Jetzt ist er wieder zurück wahrscheinlich. Nicht. Okay. Aber wieso ist eigentlich die Musik wieder an? Die will ich doch ausmachen. Ah, wegen Steam, genau. Okay. So, jetzt müssen wir hier auch mal wieder. Und wiedergraf ich fähre. Und wiedergraf ich fähre. Okay. 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 Mal sehen auf die. Okay. Mal sehen uns auf schnaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da ist die oben. Okay. Juhu. So. Jetzt haben wir hier noch die Gundam-Quests. Hier vorne. Okay. Okay. Jetzt gehen wir dort hoch noch und machen diese Quests noch. Ja toll. Da kann man ja gar nicht leben. So, wo ist das? Juhu. Jetzt kann man. Ja. Ja. 10.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 10.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 10.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 11.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 11.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 11.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 12.5 von ausgewossener Wehrwulf, ok. 14.7 von ausgewossener Wehrwulf, ok. Ne, Wolf. Was ist das? Eine Späne. Hm. Ja, heute beim Livestream werde ich auch Recken spielen. Und ja, seid dabei. Ihr könnt das Video dann nachher auch anschauen, aber es ist doch besser, wenn ihr live dabei seid. Könnt ihr mit mir chatten und andere Dinge machen. Ei, ich hab noch nie. Sie können keine Geschwisterung kommen. Ich bin das Video zu erwähnen, das ist nicht mehr so, dass wir nicht mehr und ich weiß nicht mehr das Video von mirzeln. Ich kann das Video zu von diesem Video umgehen, dass wir im Moment nicht mehr erwähnen können, wenn ich den Moment nicht mehr so. Ich habe einen Schatz gehabt. Oh, 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 oh. So, grüß lieber, hier ist ein Warehof. Ein bisschen ausweichen denen, sonst dürfen die auch an. Acht. Gut, und hier noch ein paar. Und fertig. Schön. Richtig schön. So, gehen wir auf den Eisel. So, ein bisschen anfühlen, haben wir hier noch irgendwo eine Nacht dran? Nicht? Ich stelle mal ein bisschen die Option niedriger, das ist komisch, das ist irgendwie so. Also, das Ambient Occlusions nehme ich raus, Blüheffekt nehme ich auch raus, Wasserdetails nicht. Der Distanz Objekt entfernen, Qualität des Schatten. Okay. 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 Okay.